Er muss jetzt erstmal Zombies killen. Links von der Waldbaracke, ganz links sind auch Zombies. Boom, Headshot! Ja, die ganz links hab ich auch schon gesehen, aber am Eingang waren auch die ganze Zeit welche. Check Generic. Ist in der Lobby. Okay. Und Uncle Sam ist in der Lobby. Der war eben schon, Uncle Sam war eben schon in der Lobby. Das kann er nicht gewesen sein. Und Daryl Tiss ist jetzt in der Lobby. Das könnte auch noch sein. Hm. Ich sehe den anderen, der kriecht rechts von den Panzern, leicht versetzt hinten in der Tanne. Ja. Okay. Ja. Ähm, Zero Ring. Warte, für dich. Der Tanne. 600 Meter. 1, 2, 3, 4. Naja, ich würd schon fast 5 sagen. Oder 6. Wo ist denn der genau? Der liegt jetzt in der Tanne. Kann sein, dass bei dir ein Busch im Weg ist, ein kleiner. Ich könnte ihn jetzt aktuell ins Bein und auf den Arsch schießen. Ist der rechts vom Panzer direkt in der Tanne? Vorne? Nee. Oder weiter hinten? Rechts vom Panzer, fast an der Mauer. Also da, wo der AK-Schütze neulich geschossen hat. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall läuft er in die Richtung schwarzer Zombie. Ja, wenn du den genau treffen kannst, dann gib ihm ne Ladung. Gehe ich dann halt weg? Bang, bang. Ich such ihn gerade vom Movement. Nee. Ja, die M24 hat sich auf jeden Fall an wie die DMR. Also wie ne normale DMR. Wo ist er jetzt? Gute Frage. Ah, ich... Oh, ich glaub, der hat einen Raketenwerfer auf dem Rücken. Jetzt seh ich ihn. Für mich 500. Wie Raketenwerfer? Glaubt der einen Raketenwerfer auf dem Rücken? Ja, dann warum glatt? Ja, ich werd mich jetzt auch aufrichten. Guckt wer westweit? Ja. Ich hab kein freies Schussfeld. Doch, jetzt kriecht er weiter nach rechts. Er kommt jetzt grad nach vorne. Ich seh ihn eindeutig, wenn er nah genug drisst. Okay, jetzt seh ich seinen Kuchen. Ja, er ist noch durch die Tanne. Nee. Der hat auf jeden Fall einen Raketenwerfer. Ja, der hat einen Raketenwerfer. Ja, der hat einen Raketenwerfer. Er steht jetzt auf. Oh, shit. Und Switch... Ne, er macht Step auf. Er hat eine Winchester in der Hand. Ist in der Tanne, ne? Ja, jetzt Q. Jetzt guckt er wahrscheinlich mit Third Person rum. Er sieht mich bestimmt. Ja, mich jetzt wahrscheinlich auch. Gießen? Warte. Hast du... Du könntest im Kreuz, ja? Ja. Wollen wir wieder auf 3? Ja. Ich zähl. 3... 2... 1... Feuer. Oh, shit. Beides zu hoch. Doppel-Hit tot. Saftet aus 5 Löchern. Also 500 für mich auch schon zu hoch auf die Entfernung. Ich hab 600 gehabt und ein bisschen höher geschossen. Deiner ging auch noch weiter höher als meiner. Also für dich 500, für mich 400. Oder zwischen 4 und 500. Also meiner ging knapp über seinen Kopf rein. Zombies sind noch da. Sind noch? Auf einer Waldbaracke, ja. Okay, der saftet aus 5 Löchern, der muss tot sein. Vielleicht sind 2. Der lebt noch. Er kriecht weg. Verbindet sich. Jetzt ist er definitiv tot. Das war ein Hit. Zombies sind noch. Zombies sind noch. Ja, er ist weg. Weg. Max Johnson. Lobby.